Bist du wirklich gesund, nur weil dein Arzt sagt, deine Blutwerte sind in Ordnung? Vorsicht! In einer Welt, in der Big Food uns oft mit Produkten überschwemmt, die krank machen und Big Pharma mehr an der Behandlung von Symptomen interessiert ist, als an echter Gesundheit, könnte dieser Glaube dich das Wichtigste kosten. Deine Gesundheit. Heute decken wir auf, welche Blutwerte wirklich zählen und was dein Arzt dir, vielleicht durch das System ausgebildet, gar nicht sagt. Wir alle wollen fit, energiegeladen und gesund sein, oder? Und Blutwerte sind dafür ein unglaublich mächtiges Werkzeug. Aber nur, wenn wir die richtigen Werte kennen und verstehen und was sie wirklich bedeuten, jenseits der oft veralterten Standardwerte. Stell dir vor, du könntest versteckte Gesundheitsrisiken aufdecken, lange bevor sie zu echten Problemen werden. Risiken, die in einem 0815-Blutbild oft unsichtbar bleiben. Die Wahrheit ist, Normwerte sind oft nur Durchschnittswerte einer zunehmend kranken Bevölkerung. Bei Life Algorithm zielen wir auf optimalen Werte für maximale Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit. Und genau darum geht es heute. Ich bin Arthur, 45 Jahre alt, topfit und bei Life Algorithm dreht sich alles um deine Gesundheit. Heute mit einem tiefen Blick in das Thema Blutwerte. Warum ist das wichtig? Weil du mit den richtigen Tests Risiken wie Herzinfarkt, Diabetes, chronische Erschöpfung oder Hormonprobleme frühzeitig erkennen und verhindern kannst. Deine Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. Und heute treffen wir die Entscheidung, unsere Blutwerte zu verstehen. Wir werden uns anschauen, 1, warum Standard-Bluttests oft zu kurz greifen, 2, die wichtigsten Marker für Herzentzündungen und Gefäße, 3, die Power-Vitamine und Mineralien, die du im Blick haben musst, 4, Hormone und Stoffwechsel, das Fundament deiner Energie und 5, wie du das Ganze praktisch angehst. Wenn dich das Thema Gesundheit interessiert, schau dir auch gerne mein Video, die Wahrheit über Cholesterin an, in dem ich speziell auf die Mythen rund ums Cholesterin eingehe. Und für die Aufklärung bezüglich vieler alltäglicher Lebensmittelmythen, kannst du dir das Video, warum dich diese neuen Lebensmittel krank machen, anschauen. Fangen wir ganz vorne an. Du gehst zum Arzt, bekommst ein kleines oder vielleicht sogar großes Blutbild. Alles im grünen Bereich, sagt der Arzt. Super, oder? Nicht unbedingt. Das Problem ist, diese Standard-Tests sind oft nur ein grobes Screening. Sie sind dafür gedacht, akute Krankheiten zu erkennen, aber nicht unbedingt, um optimale Gesundheit zu fördern oder präventiv Risiken aufzudecken. Viele wichtige Marker, die uns zeigen, wie gut unser Körper wirklich funktioniert und wo stille Gefahren lauern, fehlen schlicht. Denk mal drüber nach. Wenn wir nur auf das Minimum testen, wie können wir dann das Maximum aus unserer Gesundheit herausholen? Was du tun solltest. 1. Fordere proaktiv spezifische Bluttests bei deinem Arzt an und nutze als Selbstzahler spezialisierte Labore. Welche das sind und was das kostet, dazu komme ich später noch. 2. Kontrolliere deine Blutwerte regelmäßig, idealerweise alle 6 bis 12 Monate, um Trends zu erkennen. 3. Mach dir bewusst, Normwerte sind nicht Optimalwerte. Wir wollen nicht nur nicht krank sein, sondern vital und leistungsfähig. Was du lassen solltest. 1. Dich blind auf die Kassenleistungen verlassen. Deine Gesundheit ist deine Verantwortung. 2. Die Kosten für präventive Tests scheuen. Langfristig sparst du dir damit viel Leid und Geld. Hier ein Zitat. Der Schmerz der Disziplin wiegt Unzen, der Schmerz des Bedauerns wiegt Tonnen. Welche Erfahrungen hast du bisher mit Bluttests gemacht? Wurden bei dir schon mal Werte übersehen, die wichtig waren? Schreib es gerne unten in die Kommentare. Meine Story erzähle ich gleich noch. Dein Herz-Kreislauf-System ist dein Motor. Und stille Entzündungen sind wie Rost, der diesen Motor langsam zerfrisst. Deshalb sind die folgenden Werte so unglaublich wichtig. 1. Lipoprotein A, in kurz LPA. Lass diesen Wert einmalig im Leben messen. Er ist ein genetischer Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und betrifft ca. 20-30% der Bevölkerung. Das Tückische, er ist kaum durch Lebensstil beeinflussbar. Wissen ist hier also Macht. Optimal ist ein Wert von weniger als 30 Nanomol pro Liter oder weniger als 10-14 Milligramm pro Deziliter. Wie du hier siehst, ist der Wert bei mir mit 6 Nanomol pro Liter quasi perfekt. Zahlreiche Studien, wie eine große Meta-Analyse im Journal of the American College of Cardiology, bestätigen LPA als unabhängigen Risikofaktor. Die genauen Quellen findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. 2. Apolipoprotein B, kurz APOB. Viel aussagekräftiger als das reine LDL-Cholesterin ist hier APOB. APOB zeigt die Anzahl der potenziell schädlichen Partikel an. Ein optimaler Wert ist hier kleiner als 80 Milligramm pro Deziliter. Ideal sogar weniger als 60 bis 70 Milligramm pro Deziliter. In meinem Fall hat der Arzt beim teuer privat bezahlten Gesundheitscheck den APOB-Wert gar nicht bestimmen lassen. 3. Triglyceride. Das sind im Grunde Fette in deinem Blut, oft eine direkte Folge von zu viel Zucker und Kohlenhydraten, die dein Körper nicht sofort verbrauchen kann und dann als Fett speichert. Und ja, das kommt nicht von Fett, sondern von Zucker und Kohlenhydraten. Halte Triglyceride niedrig. Optimal sind Werte unter 100 Milligramm pro Deziliter, ideal sogar unter 70 Milligramm pro Deziliter. Hohe Werte sind ein starkes Warnsignal für Insulinresistenz. 4. HDL-Cholesterin. Das ist dein gutes Cholesterin oder Hab-dich-lieb-Cholesterin. Sozusagen die Müllabfuhr für deine Gefäße, die überschüssiges Cholesterin abtransportiert. Hier gilt, je höher, desto besser. Optimal sind Werte über 60 Milligramm pro Deziliter. 5. Ist das Verhältnis zwischen Triglyceriden und HDL. Ein echter Geheimtipp und ein extrem aussagekräftiger Indikator für deine Herz-Kreislauf-Gesundheit und Insulinempfindlichkeit. Teile einfach deinen Triglycerid-Wert durch deinen HDL-Wert. Ein Wert von unter 2 ist gut, unter 1,5 ist besser und ideal ist unter 1. Dieser Quotient ist viel aussagekräftiger als die Einzelwerte. Ein Beispiel kommt gleich noch. 6. Hochsensitives CRP, kurz HSCRP. Das ist dein Frühwarnsystem für stille, chronische Entzündungen im Körper. Das sind Entzündungen, die du oft gar nicht spürst, die aber im Hintergrund brodeln und ein Haupttreiber für viele chronische Krankheiten sind, inklusive Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Optimal ist ein Wert von unter 1 Milligramm pro Liter, ideal sogar unter 0,5 Milligramm pro Liter. Eine Langzeitstudie, veröffentlicht im New England Journal of Medicine, zeigte, dass HSCRP ein starker Prädiktor für zukünftige kardiovaskuläre Ereignisse ist. Selbst bei normalen Cholesterinwerten. 7. Homozystein. Ein oft übersehener, aber wirklich wichtiger Wert. Einen erhöhten Homozystein-Spiegel kann man sich vorstellen wie feines Schmirgelpapier für deine Gefäßinnenwände. Es schädigt sie und macht sie anfälliger für Ablagerung. Optimal sind Werte unter 8 bis 9 Mikromol pro Liter. Die gute Nachricht, ist der Wert erhöht, liegt es oft an einem Mangel an B-Vitamin, B6, B9 und B12, welcher sich recht einfach beheben lässt. Was du lassen solltest. 1. Dich nur auf den Gesamtcholesterinwert oder den LDL-Wert verlassen. Das ist wirklich nur ein Teil des Puzzles. 2. Tülle Entzündungswerte wie HSCRP oder Homozystein ignorieren. Das sind wirklich tickende Zeitbomben. 3. Dich blind auf den Rat deines Arztes verlassen. Ich zum Beispiel habe im Dezember 2024 einen Gesundheitscheck gemacht. Mein Arzt meinte, Herr Mückel, Ihr LDL-Cholesterin ist erhöht und Sie sollten Tabletten nehmen, sogenannte Statine. Das war sicherlich nicht böse gemeint, aber ich meinte nur, Herr Doktor, eines werde ich sicher nicht machen und das ist Tabletten nehmen, egal was Sie mir erzählen. Ein paar Tage danach wusste ich aufgrund einer eigenen Recherche mehr. Ich habe meine Werte in Relation gesetzt. Gesamtcholesterin 231, HDL-Cholesterin 70, LDL-Cholesterin 149, Triglyceride 63. Wenn ich mir das also anschaue, meine Triglyceride mit 63, absolut super. Mein HDL-Wert mit 70, optimal. Und das so wichtige Verhältnis von Triglyceriden zu HDL, das liegt bei mir bei rund 0,9, also nicht nur gut, sondern absolut perfekt. Und jetzt pass auf, das ist wirklich bezeichnend. Meine Werte sind, wie gesagt, top. Aber der Arzt hat den viel aussagekräftigeren ApoB-Wert. Du erinnerst Dich? Die entscheidende Partikelanzahl überhaupt nicht erst gecheckt? Dennoch war es eine klare Empfehlung, Statine nehmen. Und das alles nur wegen des LDL-Wertes. Ziemlich verrückt, findest Du nicht auch? Hätte ich also blind vertraut, nicht selbst recherchiert und meine Hausaufgaben gemacht, würde ich jetzt vielleicht diese Tabletten mit all ihren möglichen Nebenwirkungen schlucken und wäre zum zahlenden Dauerkunden von Big Pharma geworden. Und das, obwohl ich mich, wie Ihr seht und meine Werte ja auch ganz klar belegen, bester Gesundheit erfreue. Wenn Du tiefer in das Thema Herzgesundheit einsteigen willst, empfehle ich das Buch Blut – Die Geheimnisse unseres flüssigen Organs von Dr. Ulrich Strunz. Vitamine und Mineralstoffe sind die Zündkerzen für Deinen Körper. Fehlen die, läuft Dein Motor unrund oder macht irgendwann schlapp? Okay, welche dieser Powerstopfe solltest Du unbedingt im Blick haben? Hier sind die wichtigsten. 1. Vitamin D, das Sonnenvitamin. Das ist ein echter Allrounder für Dein Immunsystem, starke Knochen und gute Stimmung. Ziel sind 40 bis 60 Nanogramm pro Milliliter, manchmal auch mehr. Ganz wichtig, wenn Du Vitamin D nimmst, denk an Vitamin K2 und Magnesium. Nur so kommt das Calcium auch wirklich in die Knochen und nicht in die Arterien. Eine Übersichtsarbeit im Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism fasst die vielfältigen positiven Effekte einer guten Vitamin-D-Versorgung zusammen. 2. Omega-3-Index. Der zeigt Dir, wie gut Du mit den wichtigen Omega-3-Fettsäuren versorgt bist. Super wichtig gegen Entzündungen und für ein fittes Gehirn. Optimal sind 8 bis 11 Prozent. 3. Magnesium. Aber bitte im Vollblut messen. Der Wert im Serum allein sagt oft wenige aus. Magnesium ist ein Tausendsasser für Deinen Stoffwechsel und an Hunderten Prozessen beteiligt. Optimal im Vollblut ist ein Wert von 1,35 bis 1,5 Millimol pro Liter. 4. Zink. Ebenfalls am besten im Vollblut. Zink brauchst Du für ein starkes Immunsystem, gute Wundheilung und, Männer aufgepasst, auch für Euren Testosteronspiegel. Ein guter, hoher Wert im Normbereich ist hier das Ziel. 5. Selen. Das ist ein Schlüsselspieler für Deine Schilddrüse und Dein Immunsystem. Optimal sind 120 bis 150 Mikrogramm pro Liter. 6. Vitamin B12. Und hier am besten den aktiven Wert Holo-TC messen lassen. Nicht nur für Veganer und Vegetarier ein Thema, auch Fleischesser können hier einen Mangel haben. Optimal ist an Holo-TC über 50 bis 55 Pico-Mol pro Liter. 7. Ferritin. Dein Eisenspeicherwert. Eisen ist super wichtig für den Sauerstofftransport. Aber Achtung, bloß nicht einfach Eisen einwerfen, denn zu viel davon ist schädlich. Frauen zielen auf 50 bis 100 Nanogramm pro Milliliter, Männer auf 100 bis 150 Nanogramm pro Milliliter. Immer erst messen, was Du lassen solltest. 1. Einen Vitamin-D-Mangel auf die leichte Schulter nehmen. Die Folgen können vielfältig sein. 2. Blind irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel schlucken. Immer erst messen, dann gezielt auffüllen. Und denk logisch, das ist wie beim Auto, Du füllst ja auch nicht einfach irgendein Öl nach, ohne zu wissen, welches gebraucht wird. Ich bin generell kein Fan von Supplementen und empfehle, alles auf natürlichem Wege über die Nahrung aufzunehmen. So weit möglich. 3. Magnesium nur im Serum bestimmen lassen. Das ist oft rausgeschmissenes Geld. Wenn Dir diese detaillierten Infos zu den Mikronährstoffen helfen, lass gerne einen Daumen da. Das zeigt mir, dass Dir solche tiefgehenden Analysen gefallen. Für einen umfassenden Überblick über Nährstoffe und ihre Wirkung kann ich das Buch Der Nährstoffkompass empfehlen. Hormone sind die Dirigenten Deines Körperorchesters und Dein Stoffwechsel bestimmt, wie effizient Du Energie gewinnst. Beides ist fundamental für Dein Wohlbefinden. Schauen wir uns die wichtigsten Marker an. Beginnen wir mit der Schilddrüse, dem heimlichen Chef Deines Stoffwechsels, entscheidend für Energie, Gewicht und Stimmung. Für ein klares Bild brauchen wir mehrere Werte. 1. TSH Dieser Wert zeigt, wie stark Eure Hirnanhangsdrüse die Schilddrüse antreiben muss. Ein hoher TSH-Wert ist ein Warnsignal. Eure Schilddrüse ist wahrscheinlich zu träge und produziert zu wenig Hormone. Das nennt man eine Unterfunktion. Das kann Euch müde machen, auch wenn der Wert im Laborstandardbereich noch unauffällig ist. Wir zielen auf einen optimalen TSH-Wert zwischen 0,5 und 2,0, maximal 2,5 milli-internationale Einheiten pro Liter, denn das spricht für eine gut funktionierende Schilddrüse. 2. Die freien Hormone FT3 und FT4. Das sind die eigentlichen Arbeiterhormone, die zeigen, was wirklich aktiv ist und Dein Stoffwechsel antreibt. Besonders FT3 ist hier das Gaspedal. 3. Die Schilddrüsen-Antikörper TPOAK und TGAK. Die sind wie Detektive, die aufdecken, ob Dein Immunsystem vielleicht fälschlicherweise die eigene Schilddrüse angreift, wie bei Hashimoto zum Beispiel. Dann ein hormonales Männerthema, Testosteron. Beim Thema Testosteron ist das so eine Sache. Es gibt das Gesamt-Testosteron, aber das ist nicht die ganze Story. Entscheidend ist das freie Testosteron. Das ist der Anteil, der wirklich in Eurem Körper aktiv ist und für Muskeln, Energie und Libido sorgt. Genau hier kommt SHBG ins Spiel. Stell Dir SHBG wie ein Transportprotein vor, das einen Teil Deines Testosterons bindet und quasi parkt. Je mehr SHBG Du hast, desto weniger freies, aktives Testosteron steht Deinem Körper zur Verfügung, selbst wenn Dein Gesamt-Testosteron eigentlich gut aussieht. Es ist also wie ein Schwamm, der Testosteron aufsaugt. Deshalb ist es super wichtig, nicht nur das Gesamt-Testosteron zu messen, sondern immer auch das freie Testosteron und das SHBG. Nur so siehst Du das komplette Bild. Optimal ist, wenn Dein freies Testosteron im oberen Drittel des Referenzbereichs liegt, damit Du Dich wirklich leistungsfähig fühlst. Kommen wir jetzt zu einem super wichtigen Bereich. Deinem Stoffwechsel, speziell Zucker und Insulin. Das ist entscheidend für Deine Energie und um langfristigen Problemen wie Diabetes vorzubeugen. Hier sind die Schlüsselwerte. 1. Nüchtern Blutzucker. Das ist Dein Blutzuckerwert morgens, bevor Du etwas gegessen hast. Er zeigt, wie gut Dein Körper Zucker über Nacht verarbeitet hat. Optimal ist er unter 90 Milligramm pro Deziliter, ideal sogar zwischen 70 und 85 Milligramm pro Deziliter. 2. HbA1c. Dein Langzeitblutzucker. Stell Dir das wie am Blutzuckertagebuch der letzten 2-3 Monate vor. Dieser Wert gibt einen super Durchschnitt Deiner Blutzuckerwerte und ist viel außergekräftiger als eine einzelne Messung. Optimal ist hier unter 5,4%. Ideal sogar unter 5%. 3. Nüchtern Insulin. Ein echter Gamechanger und oft übersehen. Insulin ist ja das Hormon, das Zucker in Deine Zellen schleust. Dieser Wert zeigt, wie viel Insulin Dein Körper im Ruhezustand produzieren kann. Ist er hoch, obwohl Du nichts gegessen hast? Ist das ein starkes Warnsignal für Insulinresistenz? Deine Zellen werden taub für Insulin. Das ist oft der allerfrüheste Hinweis, lange bevor der Blutzucker selbst ansteigt. Optimal ist hier 5 Mikroeinheiten pro Milliliter, maximal 10 Mikroeinheiten pro Milliliter. 4. Der sogenannte HOMA-Index, der Insulinresistenzdetektiv. Dieser Wert wird ganz einfach aus Deinem nüchternen Blutzucker und nüchternen Insulin berechnet. Er zeigt Dir, schwarz auf weiß, ob und wie stark eine Insulinresistenz bereits vorliegt. Das ist ein unglaublich wichtiger Marker zur Früherkennung. Optimal ist ein Wert unter 1,0 bis maximal 1,5. Was Du bei Hormon- und Stoffwechsel lassen solltest. 1. Den TSH-Wert isoliert betrachten. Besonders, wenn er über 2 bzw. 2,5 Mikrointernationale Einheiten pro Liter liegt. Das reicht nicht für eine gute Schilddrüsendiagnostik. 2. Bei Männern nur das Gesamt-Testosteron bestimmen lassen. 3. Die Bedeutung von nüchternen Insulin und dem HOMA-Index unterschätzen. Hier kannst Du Probleme erkennen, bevor sie eskalieren. Wenn Du Dich noch intensiver mit Deinen Hormonen beschäftigen möchtest, dann habe ich zwei Buchtipps für Dich. Für Männer ist das Buch Auch Männer haben Hormone und für die Frauen Hormoncoaching erlernen. Beide Links findest Du unten in der Videobeschreibung. Okay, jetzt kennst Du die entscheidenden Blutwerte, die wirklich zählen und hast auch meine persönliche Story gehört und wie wichtig es ist, selbst das Steuer in die Hand zu nehmen. Aber Wissen allein reicht nicht. Wie kommst Du jetzt ins Handeln und übernimmst wirklich die Kontrolle über Deine Gesundheit? Bevor wir zu den spezifischen Schritten kommen, die auf den bereits detailliert besprochenen Werten aufbauen, noch ein Wort zu den absoluten Basiswerten, die bei keiner Blutanalyse fehlen dürfen und immer einen ersten wichtigen Überblick geben. Hier sind Deine nächsten konkreten Schritte. 1. Deine Basis-Checkliste Fang hier an. Zu jeder guten Analyse gehören immer Deine Leberwerte wie GOT, GPT und GGT und Nierenwerte wie Kreatinin, EGFR, Harnstoff und Harnsäure. Und auch hier gilt, Ziel sind Optimalwerte, oft im unteren Normbereich. Denn Achtung, erhöhte Leberwerte, selbst wenn sie vom Labor noch als okay eingestuft werden, können schon ein erstes Warnsignal für eine Fettleber sein. Und das, auch wenn Du schlank bist. 2. Werde Dein eigener Gesundheitsmanager. Nutze Selbstzahlerlabore. Du musst Dich immer auf eine Arztüberweisung oder einen Termin warten. Informiere Dich über Labore wie z.B. meindirektlabor.de, wo Du als Selbstzahler spezifische Tests anfordern kannst. Einzelne wichtige Werte wie LPA oder HSCRP kosten oft nur um die 15 bis 30 Euro. Ein größeres Panel ist natürlich teurer, aber sieh es als die beste Investition überhaupt. Die Investition in Deine Gesundheit. 3. Such Dir einen echten Sparingspartner, einen richtigen Experten. Sprich mit einem Arzt oder Therapeuten, der wirklich Ahnung von funktioneller Medizin oder Nährstofftherapie hat. Du brauchst jemanden, der Deine Werte individuell und im Gesamtkontext Deiner Gesundheit, Deiner Ernährung und Deines Lebensstils bewertet und nicht nur stur nach irgendwelchen Tabellen geht. 4. Denke Zusammenhängen und Trends. Sieh das große Bild. Ein einzelner Blutwert ist nur eine Momentaufnahme. Viel wichtiger sind die Entwicklungen Deiner Werte über die Zeit und wie alles zusammenhängt. Einzelne Ausreißer sind nicht immer gleich ein Drama, aber Trends zeigen Dir klar, in welche Richtung es geht. Und noch ganz wichtig, was Du nicht tun solltest. Verlass Dich auf gar keinen Fall blind darauf, dass Dein Hausarzt standardmäßig all diese wichtigen Werte testet, die wir besprochen haben. Oft musst Du gezielt danach fragen oder es eben, wie gesagt, selbst in die Hand nehmen. Denk logisch, denn mal ehrlich, wer, wenn nicht Du, sollte sich um Deine Gesundheit kümmern und die Verantwortung dafür übernehmen? Der Arzt hat gar keine Bandbreite, sich mit Deinen Blutwerten im Detail auseinanderzusetzen. Das war eine Menge Input, aber extrem wichtig. Fassen wir die Kernbotschaften noch einmal zusammen. 1. Standardbluttests reichen oft nicht aus. Für echte Prävention und Optimierung brauchst Du mehr. 2. Sei proaktiv. Fordere die richtigen Tests ein oder werde Selbstzahler. Deine Gesundheit ist es wert. 3. Strebe Optimalwerte an, nicht nur Normwerte. Es geht um maximale Vitalität und Gesundheit, nicht nur um die Abwesenheit von Krankheit. 4. Hier nochmal die wichtigsten Werte kategorisiert. A. Herzgesundheit. LPA, APO-B, Verhältnis zwischen Triglyceriden und HDL. B. Entzündungen. HSCRP und Homocystin. C. Mikronährstoffe. Vitamin D, Omega 3, Magnesium, Zink, Selen, B12, Ferritin. D. Hormone. 3. Schilddrüse. 4. TSH, FT3, FT4, Schilddrüsenantikörper, TPOAK und TGAK und bei Männern natürlich auch das freie Testosteron. 5. Stoffwechsel. Nüchtern Blutzucker, HbA1c, Insulin, HOMA-Index. Hier noch etwas Motivation. Dein Körper wird besser, wenn Du ihn besser behandelst. Und das fängt mit dem Wissen über Deine inneren Werte an. Ich hoffe, dieses Video hat Dir geholfen, die Welt der Blutwerte besser zu verstehen und Dich motiviert, hier selbst aktiv zu werden. Es ist Dein Körper, Deine Gesundheit und wie ich immer sage, Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. Wenn Dir das Video gefallen hat und Du mehr solcher Inhalte von LifeAlgorithm sehen möchtest, abonniere jetzt den Kanal, aktiviere die Glocke und lass gerne einen Daumen da. Das unterstützt meine Arbeit ungemein. Und ganz wichtig, welche Werte lässt Du regelmäßig checken? Oder welcher Wert aus dem Video hat Dich am meisten überrascht? Schreib es unten in die Kommentare. Ich lese sie alle und antworte auch. Und wenn Du jetzt wissen möchtest, wie Du diese Werte ganz konkret durch Ernährung und gezielte Lebenszielanpassungen natürlich optimieren kannst, dann freue Dich auf eines der nächsten Videos. Da gehen wir genau darauf ein. Bleib gesund, bleib neugierig und denk immer daran, Du hast es in der Hand. Peace out. Jeder, was ich mir jetzt gemacht habe. Ich habe mich noch nicht gesehen, wie du siehst. Untertitelung des ZDF, 2020